Ja, willkommen zurück. So, schauen wir mal. Ich habe mal zwei Tage Aufnahme-Pause gemacht. Schauen wir mal. Oh, da hängt Licht noch was. Und da ist noch was wir tun haben. Ein bisschen Evolution. Sehr schön. So. Ja, wir müssen weiter zum Krankenhaus. Ich weiß, dass wir von hier aus jetzt nicht mal mehr sehen. Die Frage ist, runter oder hier oben? Oben waren wir noch nicht. Ich würde sagen, gucken wir erst mal hier oben. Das ist vermagelt. Sieht doch komisch aus. Warum sieht das so aus? Explodiert gleich was, wenn wir da reingehen. Nee, ist bloß zu. Okay. Wir werden wohl außen durch die Fenster müssen. Ah, ein Lichtschöner. Mit Brief. Was steht denn da? Falls jemand diesen Zettel findet. Meine Frau Paige erwartet im alten Referenzzentrum... Das ist scheiße. ...Ecke Park und Convention auf mich. Das war der andere Zettel, den wir da hinten mit dem Seil nicht zurecht angefangen haben. Direkt gegenüber vom Pub. Bitte bringen Sie ihr diese Medikamente. Sie ist schwanger und könnte ohne sie sterben. Ich dachte, ich schaffe es, aber ich habe zu viel Blut verloren. Ich bin durch den Wald gerannt, habe ein paar Pfiffe gehört und dann steckte ein Pfeil in meiner Seite. Ich habe mich hier versteckt. Ich glaube, hier bin ich sicher. Schlimmer kann es ja kaum kommen, oder? Mir wird langsam kalt. Ich habe so viele Medikamente aus dem Krankenhaus geklaut. Ich hätte lieber auch ein bisschen Blut mitnehmen sollen. Das ist aber wieder durchgestrichen. Sorry, schlechter Witz. Meine Frau kann Ihnen sagen, dass ich für meine schlechten Witze bekannt bin. Wenn Sie Paige finden, sagen Sie ihr, dass ich friedlich gestorben bin. Sagen Sie ihr, dass ich hoffe, dass die beiden ein glückliches Leben haben. Sagen Sie ihr, dass ich sie liebe. Und sagen Sie ihr, dass sie das Kind, wenn es ein Junge wird, nicht nach mir benennen soll. Sie soll den Namen nehmen, den wir ausgesucht haben. Simon Wickers. Ah, der hat es nicht geschafft. Tut mir leid. Ich brauche die dringender als du. So, jetzt geht es jetzt weiter. Komm mal rein. Okay, das ist voll. Mit ein bisschen Dregul können wir jetzt noch ein bisschen... Ja. Sicher ist sicher. Jetzt haben wir leider nichts. Die Tür wieder aufmachen. Die Tür ist verrammelt. Nicht gut, oder sonst? Die ganze Rolle. Schön. Okay, das war's. Na, da komme ich durch. Nein. Jetzt noch höher. Nein. Gut, dann... Moment. Hier noch was. Gut, dann gehen wir jetzt mal runter. Oh. Hopp. Ach! Ah, vielleicht hätte man auch ein Leiter nehmen können. So, hier noch irgendwas mitnehmen. Nee. Keine Türen. Oh doch, hier. Bomben. Da könnten wir einen Sprengfall könnten machen. Nein, jetzt kann ich nicht spielen. Oh, mein Baum wollen wir nicht sein. Wir müssen schauen. Dann mal los. So, schauen wir mal. Ich glaube, ich passte euch. Oh, mein Gott. Bitte! Mach das nicht! Oh, verdammt. Isaac, plant etwas. Ich verrate es dir. Noah. Sie sind voller Sünder. Ich befreie sie, damit sie meine Liebe spüren. Oh nein. Brian! Wir sind unter Beschuss! Da! Das kann... Verspreche! Schnapp den Wolf! Sie ist ins Gras gerannt! Das gibt's doch gar nicht! Die sehen uns! Okay, wir sollten nicht schießen. Scheinbar nicht retten zu können. Wir sind voller Sünder. Ich befreie sie. Ich will sie meine Liebe spüren. Was für ein paar Pfeifenköpfe. Hast du gehört, was Lily getan hat? Hab ich. Eine Schande. Aber nicht überraschend. Aber ihre Schwester. Ich war schockiert. Ihre arme Mutter. Aber sie hätte merken müssen, dass was nicht stimmt. Wie kommen die jetzt hier nachher? Wie kommen die jetzt hier nachher? Das war nicht nur. Kann ich nicht so sehen. Zwei jetzt nur noch. Nee, da hinten. Oh, ich packel rum. Hm. Ja. 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 die sehen uns besser als die anderen können wir uns nicht so gut verstecken es sei es sei es sei es sei es sei es Oh, keine Lappe! Was spricht du? Schmeiß dich wohl! Lerjena! Begst im Gras! Wo ist sie hin? Ausschwärmen, Augen auf. Spürt sie auf. Okay, okay. Hier drüben! Nicht entkommen lassen! Nicht entkommen lassen! So, keine Spur von Ende. Still da zieh auf. Fuck, ey. Was ist passiert? Was ist passiert? Okay. Und reinfighten. Zwei. Das ist der letzte. Oh. Oh, das war nicht der letzte. Ich hab noch einen Pfeifen gehört. Oh, die schöne Munition. Aber, warum sind das zu viele? Ich hab doch noch einen Pfeifen gehört. Wo ist der? Munition Guidance. Oh. Ich hab ihn. Da oben ist einer da. Schatz. Ganz still. Ganz still. Das ist der letzte. Ich hab mich nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Wenn ein Ruf ist, aber wie lebt, wird er die Flasche gehen. So, wir müssen sich alleine ins leiten sein. Wie geht das denn? Ok. Ok, greifen. Habe ich dich. Gute, hier, hier, ja gut. Das ist gelöscht. Oh, weiter. Ist der jetzt gerade jetzt sicher? So, wo sind die Verrückten? Vor allem, wie viel sind das noch? Da kommt einer. Hm, oder auch nicht. Wenn ich wüsste, wo die lang gehen. Was hüpft dir denn hier mal dagegen drum? Lass das. So, mal gucken. Da. Mist. So gerade fliegt der Pfeil denn doch nicht. Nichts, alles gut. Gehen wir mal. Da haben wir noch zwei, wobei, guck du. Da haben wir noch drei. Uh. Weile daumen. So, he'll do it twice, he'll do it so well. Keiner da. Keiner da. Keiner da. Okay, die beiden sind böse. Auch nur vielleicht. Was sind die denn alle? Noch einer. Okay, der ist da hinten. Ist rausgerannt. Ein Medikit. Geh mal, schick ihn über. War zu falsch, Mensch. Scheiße. Wie viel sind das denn? Das muss doch irgendwann mal zu Ende sein. Schon da waren wir noch an der BRF zu sein. So. Nein, hier ist nix. Da wird's hochgehen. Hier geht's auch hoch. Schön langsam und vorsichtig. Das sind einfach zu viele. Ja. Noch ein Treppenholz. Da unten ist einer. Mit einer Axt. Könnten wir gebrauchen. Da. Na, drei. Ja, die ist ja noch kleiner. Das ist unsere. Hm. Kann aber... ...einen Schlag mehr. Okay, aufrüsten, nein, ein Klebeband füren. Nein, nehmen wir lieber das Ding. Arschloch! Der Sturm tobt unermüdlich. Doch sie führt uns durch die raue See. Ruhe! Und Licht! Vor dem noch 5 Minuten zu pfeifen, tut mir leid. Das konnten wir nicht riskieren. Scheiße! War's das? Ah, hast du? Jep. Eindeutig. Tommy, ich hoffe, bei dir läuft's besser. So. Ah. Fuck, noch mehr davon. Wo kommen die... Ah, da sind wir auch. Bestimmt gar nicht, sie zieht den Gras. Verschwunden. Überall nachsehen. Sie kann nicht weit sein. Ah. Okay. Ah, da hätten wir's durchgleichen sollen. Ah! 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 Nein! Keine Chance! Okay. Das sind aber auch viele... So, diesmal schießen wir dich. Die Frage. Komm hier vorbei. Da macht ihr uns schön... Warte mal, die sind so schön. Ah! 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 Hat sich vorgeschlagen. Ich glaube, das war's. Oh, es waren bloß 4er. Ach, scheiß auf diese Stadt. Also, wo ist jetzt dieses scheiß Krankenhaus? So, okay. Hier sind noch ein paar Aschehäufchen. Und ein paar Pfeile. Das wird gut. So, ja. Ich tippe mal drauf. Wir müssen da hoch, wo die runtergekommen sind, oder? Oder nicht? Ich tippe mal drauf. So, ja, das ist das Krankenhaus. Oh! 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 Gucken wir jetzt wieder welche? Ich hoffe nicht. So, gehen wir mal. Das ist ja ziemlich... Ja. Ressourcen aufwendig hier. Vor allem mit der Munition. Aber da ist ein bisschen Munition. Schoko-Riegel hätte ich beinahe gesagt. Müssen-Riegel. Munition. Darunter würde ich. Ah, hier noch mal. Besser als nix. So. Jetzt auch nix. Alles. Merci. Okay. Oh! Scheiße! Oh! 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 Was tun wir denn? Oh! Dreckiger Scheißgerd! Ich! Oh! Oh! Ah! 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 Einse dader. Wie kommt denn die jetzt hier? Hier? Scheiße, nochmal. So, okay. Krankenhaus. So, was soll ich mitnehmen? Ah, das lohnt sich nicht zu tauschen. Wollen wir mal gucken, was ich mit dem jetzt hier eigentlich mal... Scheiße, ich glaube, Klebeband. So, ich hoffe mal, für die Typen gibt es nicht noch... Ja, die Nerven mit dem Pfeifen. Pfeifen. Oh, da wieder einer rausgehüpft kommt. So, hier noch was mit sammeln. Nein. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Noch ein Loch. Sammeln wir hier heute mal. Ich bekomme das Baum. Nee, ne? Dann haben wir noch zwei. Dann haben wir einfach zwei. Machen wir es mal so. Lassen wir auch ein bisschen was übrig. Na, nicht schon wieder umzüllen. Ich kann schon jetzt nach oben zu gehen. Ja, okay. Okay. Ah, okay, wir streiten. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, dann geht es da rüber. Hier noch alles einsacken. Klinge streiten. Ah, alte Akten. Das sind ja Menschen. Ja, okay. Ich würde sagen, da geht es dann nach oben. In der nächsten Folge. Hoffentlich nicht noch mehr Pfeifenköppe. Die gehen mir jetzt schon auf Keks. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. BandCER景. Biste, Biste. Biste försöker lohen. Ja, abone ich.